So, wir sind recht gut. Wir werden immer besser. Das ist schon der 15. Ach, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen noch die Modenschau hinter uns bringen. Das machen wir dann doch gleich mal. Dann geht's aufs Dach. Und ich hoffe, dass wir das halbwegs gut hinkriegen. Dafür drücken wir jetzt auf die Leertaste. Könnten Sie eine kleine private Modenschau organisieren, um meinem Filmteam ihre Arbeit zu präsentieren? Wir werden's versuchen. Okay, einmal runter, dann hoch und wieder runter. Das war ja ganz gut. Ach, das war eindeutig zu früh, aber das Model stand jetzt eh nur gerade rum. So, jetzt hier keine Fehler einbauen. Ach komm, das kannst du aber besser. Und irgendwie nervt es, dass sie immer wieder die gleiche Position machen. Naja. Wir müssen uns auch noch mal verbessern. Unsere fotografischen Fähigkeiten sind nicht gerade die besten. Aber für dieses, ja, momentane Posing reicht das eindeutig. Außerdem sieht das furchtbar aus, als würden wir gerade im Garten arbeiten mit diesen Schuhen. Ich denke, bisher haben wir alles recht gut geschafft. Es ist auch schon wieder ein Stündchen um. Und das Model marschiert jetzt vollends draus. Und wir haben's geschafft mit der ersten Modenschau. Dann behalten wir doch gleich das Bild. Das war nicht so schlecht. Naja, da klippt der Rock eindeutig zu viel durch. Also gehen wir uns zufrieden mit denen, wo... Okay. Wir beenden das Ganze. Haben wieder Qualitätsarbeit geleistet. Was hatte ich denn, einen Zungenbrecher? Haben jetzt 210 Token bekommen und 30 Beliebtheit. Lange Kupferspitzen, also irgendwas Schmuck. Und wir haben den knappen kleinen Millimeter zum Nachwuchsalen noch nicht geschafft. Gute Arbeit, Clara. Ihre Kollegen haben nicht übertrieben. Sie sind wirklich begabt. Wissen Sie das? Hm, Eigelob stinkt doch, oder? Kim Doherty hatte mich für die Präsentation der neuen Kosmetik-Serie Eclat Ardent zu sich gebeten. Aber als ich in den Presseraum kam, wusste ich gleich, dass etwas nicht stimmt. Was soll das denn heißen? Sie haben die Lippenstifte verloren. Machen Sie sich über mich lustig? Mrs. Doherty, es tut mir leid. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Die fünf Lippenstifte waren vorhin noch da. Könne ich Ihnen helfen? Clara, gut, dass Sie da sind. Ich bin nur von unfähigen Leuten umgeben. Die Präsentation der Eclat Ardent-Serie beginnt in 20 Minuten und der Lippenstift ist verschwunden. So können wir Monika nicht schminken. Können Sie die Lippenstiftmuster suchen? Ich habe keine Zeit dazu. Ich erledige das, Mrs. Doherty. Verlassen Sie sich auf mich. Einverstanden. Aber machen Sie schnell. Es sind fünf Lippenstifte, von Rot bis Hellrosa. Das sind die einzigen Prototypen. Ich gehe sofort. Oh, wenn wir schon dabei sind. Hier ist meine Handynummer. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Versprochen, Mrs. Doherty. Ach, jetzt doch nicht mehr Kim. Okay, doch wieder von Kim auf förmlich gewechselt. Na gut, dann ist wohl unsere Aufgabe hier in diesem Raum. Fünf Lippenstifte zu suchen. Jedenfalls habe ich das jetzt so verstanden. Ah, gucken wir doch gleich mal in der Handtasche. Da ist ein Eclat Ardent Lippenstift in Kims Tasche, oder? Hat sie es nicht bemerkt? Was soll... Ich sage lieber nichts, sonst ist sie beleidigt. Ich versuche den Lippenstift vorsichtig rauszuholen. Das gibt's doch nicht. Sie wühlen in meinen Sachen. Verzeihung, Mrs. Doherty. Ich dachte, das... Ich Dummkopf. Das nächste Mal warte ich... Puh, es hat mich niemand gesehen. Aber das wagt... Ich habe einen Lippenstift. Ja, ja, an anderen Neckern, aber den Lippenstift eigentlich in ihrer Handtasche. So ist das. Gucken wir doch mal im Café Vollautomat. Nein! In der Zuckerdose. Natürlich, da versteckt sich doch auf jeden Fall ein Lippenstift. Nein, zum Glück nicht. Also, das hätte... einen Alarmknopf. Nee. Das ist nicht das, was wir drücken wollen. Wo kann denn noch so ein Lippenstift rumfliegen? Tja, wir suchen ein Hundespielzeug, süß. Ach, das konnten wir sogar mitnehmen. Wir sind aber unverschämt. Hm. Gucken wir uns doch hier mal um. Hier ist dieser komische Garten. Oh, eine Terrasse. Da gehen wir dann gleich mal drauf. Gucken wir uns doch hier einmal um. Hm, hm, hm. irgendwo muss der doch liegen. Da hat er eine Stange. Jetzt sagt bloß, der Hund hat den Lippenstift. Das wäre auf jeden Fall ärgerlich. Na gut, dann sprechen wir einfach mal mit Carol. Hallo, Clara. Na, wo geht's denn hin? Mrs. Dorothy hat mich gebeten, die Eclatador-Muster zu suchen. Sie sind verschwunden. Ich bin unschuldig. Erzähl's keinem, aber ich mag diese neuen Lippenstifte nicht so. Hm, naja, toll. Vielleicht haben wir deswegen das Hundespiel zum Grund, um den Hund davon abzulenken. So ist der jetzt, äh, reingerannt? Wieso haben wir denn Fußspuren? Also, gehen wir doch gleich mal ins Inventar, holen das Hundespielz, was soll man denn? Ach, Zuckerhundespielze. Hey, der Hund hat was in seinem Maul. Ja, jetzt erkenne ich es. Ruhig, der ist ja bissig. Wie bekomme ich den Lippenstift zurück? Ich sollte ihm vielleicht etwas anderes geben. Puh, gewonnen. Dieser kleine Hund ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie er aussieht. Noch ein Lippenstift. Drei muss ich noch finden. Sollen die jetzt alle drei hier drin sein? Tut mir leid, ich muss mich noch vorbereiten. Die kann ich wahrscheinlich nicht verraten, wo das Zeug erst gelandet ist. Okay, das Handtasche, da waren wir schon dran. Vielleicht können wir auch woanders suchen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier der Cafeter jetzt... Ah, okay. Raus können wir schon mal. gehen wir doch mal in den Beauty-Salon, denn wo soll man sonst ein Lippenstift bin. Oh. Aber das war jetzt kein von diesen Eklagen. blau. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen waren. Wir gucken einfach mal, alle räumen hier in dieser Etage. Ja, wir suchen ja auch noch ein Lippenstift. Hallo, Clara. Kann ich Ihnen bei irgendetwas helfen? Mrs. Dirty hat mich gebeten, die Muster zu suchen. Eklat Ardor nehme ich an, diese Kim, mit ihren Gedanken immer woanders. Es tut mir leid, Clara. Ich weiß nicht, wo sie sein könnten. Na gut. Hier scheinbar nicht. Aber man weiß ja nie, deswegen gucken wir, ob wir alles noch machen. Oh doch! Was ein Glück! Eines der Muster, die ich suche. Noch einen Lippenstift! Natürlich! Zwei! Die waren natürlich in einem Karton mit Krimskranz, der einfach hier so dumm rumlag. Das macht Sinn. Das Model hat natürlich Ostern gespielt und war mal kurz der Osterhase. Also wenn man so nachgeht, müssen wir sogar noch in den Pflanzen gucken. Na gut. scheinbar nicht. Aber wir gehen dann mal ins 20. Stock weg und gucken uns da auch noch. Töp, töp, töp. Verflixt! Die Tür ist verschlossen. Na gut, da schon mal nicht, aber vielleicht im Fotoschulio. Entschuldigung, Carmen, ich suche den Schlüssel zum Styling-Atelier. Ich habe ihn nicht. Vielleicht McAllister, er war vorhin im Atelier. Na gut, hier scheint nicht zu sein, was man durchstöbern könnte. Verdächtige Kisten sind nicht zu benutzen. Naja. Aber was liegt denn da gelbes Hundespielzeug mal wieder? Gucken wir doch mal ins Kotzbüro. Vielleicht hat das Model ihren Lippenstift ja da vergessen. Wer weiß, wer weiß. Unsichtbarer Hund. Mürrisch was Gott. Aber ich ahne, dass wir sowas öfter machen müssen. Entschuldigung, Mr. Sullivan. Ich suche den Schlüssel zum Styling-Atelier. Glaubst du, ich habe die Zeit, mich um irgendwelche Schlüssel zu kümmern? Hier gibt es 322 Büros. Ja, ja. Sehr nett. Also, wieder raus. Und ich fürchte, es geht irgendwie wieder um den Hund. Nein, okay. Da will der nicht rein. Aber vielleicht doch noch mal ins Fotostuhl. Vielleicht haben wir nicht richtig geguckt. Oh, da hat mein Stuhl geknatscht. Das ist, wenn man die Füße auf den Stuhl packt, dann sitzt man es für bequem. Aber nach der Zeit ist das dann auch wieder unbequem. Oh, was war das? Achso, nein. Das war nur das Model. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles durch. Vielleicht noch an dem Bild irgendwas versteckt. Vielleicht in der Eingangshalle, da waren wir auch noch nicht. Also, suchen wir doch hier mal im Frostfach. Nein. Nein, in der Bungo-Busse war es nicht. Oh, da hing das gerade das alte Kartenlesegerät. Entschuldigung, Steve. Ich suche den Schlüssel zum Styling-Atelier. Tut mir leid, ich arbeite nicht hier. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel sein könnte. Oder vielleicht hat Karol den mehr. Also, noch mal zurück auf die Veranda. Wow, wow. So, jetzt sind wir durch das halbe Gebäude gelaufen. Um noch mal mit Karol zu reden. Ach, der Opi. Ganz ehrlich, ich bin gerade zu voll. Da machen wir mal eine Schnellreise in den Gebietenstock. War das jetzt jetzt einsigst? Nein, das ist das Schmuck-Atelier. Da gammelt er gerade rum. Wir bewegen uns einfach mal hier rein. Ich kasse ihn an, wenn wir da hinkommen. Hallo, Mr. McAllister. Ich suche den Schlüssel zum Styling-Atelier. Den Schlüssel? Ein Moment, vielleicht habe ich ihn. Ja, ich hatte ihn noch in meiner Tasche. Ich bin ein Schlüssel. Hier, bitte. Danke. Ich bringe ihn nachher zurück. Nicht nötig. Lassen Sie ihn einfach stecken, sonst vergesse ich wieder, wo er ist. Na gut, also war das recht einfach. Wir mussten einfach nur mit dem Mr. McAllister quatschen, der mal wieder vergesslich war und den Schlüssel verbummelt hat. nicht mehr. Aber, also gut, dann machen wir das Styling-Atelier auf und finden wahrscheinlich den letzten... Keine Chance! Achso. Den letzten Lippenstift. Ah ne, uns fehlen noch zwei. Also gut. Mit dem Schlüssel wäre... Hä? Mit dem Schlüssel wäre es einfacher? Den haben wir doch gerade geholt. Sonst sind wir... Sonst wären wir doch nie reingekommen. So, was gibt es hier Interessantes? Falltreffer! Noch einen Lippenstift! Ich muss nur noch einen finden. Durchhalten! Du bist auf der richtigen Fährte! Hehe, ja. Kein Nervenzusammenbruchring. Denn ich fürchte, der letzte ist wahrscheinlich auf dem Dachboden. Denn da waren wir jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, auch der einzige Ort, an dem wir noch nicht waren. Hm. Wofür können wir überhaupt hier hingucken? Na gut, hier scheint er nicht zu sein. Einen Sicherungskasten, den wir noch nicht benutzen können. Ich frage mich gerade wirklich, wo der letzte zu sein scheint. Vielleicht können wir uns ja durchschmuggeln, indem wir diesen Ersatz abgeben. Oder wir kombinieren die Farben, dass diese aussehen. Wir haben ein Bonbon, wir haben Zucker, und ein Hundespielzeug. Ich frage mich echt, wo wir den letzten finden. und haben sie noch nicht. Auf was warten sie? Jede Minute zählt. So langsam bin ich ratlos, wo wir den letzten Lückenstipp finden können. Wir gucken uns einfach hier nochmal um. Vielleicht schwimmt er ja im Becken. Hier weiß man ja nie. Oder wir nerven einfach Karol gleich nochmal. Weil hier scheint er ja nicht zu sein. Hallo Clara. Na, wo geht's denn hin? Mrs. Doerr, die hat mich gebeten. Ich bin unschuldig. Erzähl's keinem, aber ich mag diese Neu... Ach. Kann es nicht jemand einen Hinweis geben? Hauptsache, da oben steht Swimmingpool, einfach viermal hintereinander. Ich frage mich nur, wieso wir noch ein Hundespielzeug bekommen haben. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Draußen? Obwohl wir haben jetzt bisher in jedem Raum einen gefunden. Da kann es doch fast nur das Fotostudio sein. Oder Skots Büro. Wir versuchen es einfach nochmal. Entschuldigung, störe ich? Nein, aber ich habe es eilig. Ich habe in zehn Minuten ein Fotoshooting. Sagen Sie, dieser Lippenstift, das ist ein Eclat Ardent. Kim Doherty sucht ihre Muster im ganzen Haus. Das deutsche Girl Magazin braucht heute Nachmittag unsere Fotos. Tut mir leid für die Chefin, aber ich brauche ihn noch. Sind Sie sicher, dass diese Farbe zu Ihrem Make-up passt? Kaminrot würde besser passen, aber ich habe keins gefunden. Warten Sie kurz. Ich mache das. Danke. Wo finde ich nur andere Lippenstift? Und Auftrag ausgeführt? Das ist ja wunderbar. Also hätten wir das Model früher ansprechen sollen und einen kaminroten Lippenstift auftreiben sollen. Also gut. Ja, das ist genau der Farbton, den ich wollte. Abgemacht. Du gibst mir diesen Lippenstift, ich gebe dir den anderen. Einverstanden. Hier. Ich glaube, ich habe alle Lippenstifte. Jetzt keine Zeit verlieren. Ich muss die Kim bringen. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt geht es wieder ins zwölfte Stockwerk, ab in den Versammlungsraum oder Cafeteria, so wie ich sage. Möchten Sie mir etwas sagen? Ich habe die fünf Lippenstifte wieder gefunden. Gute Neuigkeiten. Geben Sie sie mir. Ach ja, das muss man ja mit erfüllt machen. Ah, Sie haben meine Lippenstiftmuster wieder gefunden? Wo waren Sie denn? Erklären Sie mir das später. Die Presse ist ungeduldig, ich darf Sie nicht warten lassen. Danke, Clara. Sie waren mir eine große Hilfe. Ich habe nur meinen Job gemacht. Aber Sie haben ihn gut gemacht. Meg Allister hatte recht, Sie zu empfehlen. Sie werden bei Sullivan Style Factory noch eine große Karriere machen. Ja, als Lippenstiftsucher. Oh, und Trinkspender habe ich auch vergessen. Okay, das ist der 16. Februar. Ich werde langsam müde. Ich denke mal, wir machen hier eine kurze Aufnahmepause und sehen uns im nächsten Teil wieder. Mir hat es bis dahin Spaß gemacht. Also, es war auf jeden Fall bescheuert. Wir waren ein Cocktaillieferant, ein Lippenstiftsucher und haben nebenbei noch ein paar Aufträge geschafft. Also, viel für heute und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!